Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Guli mit einem weiteren Video zu Watch Dogs Legion und heute holen wir uns gleich zwei Trophäen, zwei Erfolge. Und zum einen haben wir da die Ästhetik macht und zum anderen Karosse für Bosse. Das sind die beiden Erfolge. Dafür müsst ihr nur einen Waffenskin kaufen und einen Fahrzeugskin kaufen. Mehr ist das eigentlich nicht. Ein Video deswegen darüber, weil das ist gar nicht so leicht zu finden und das Spiel versäumt auch in meinen Augen, einem das irgendwo zu sagen oder es hat es mir gesagt und ich habe es verpasst, aber ich glaube eigentlich nicht. Und deswegen ist es nicht so hundertprozentig klar, wo und wie man das Ganze denn machen kann und deswegen dieses kleine kurze Video hier dazu. Also schauen wir einfach mal rein in die Charaktere, denn ihr braucht einen Charakter, der ein eigenes Fahrzeug hat, Minimum, und ihr braucht einen Charakter, wie zum Beispiel hier die Wache, die eine eigene Waffe hat. Also die müssen sie von Haus aus, müssen die eine Waffe mitbringen, die Charaktere. Oder besser gesagt, sonst hättet ihr da ja gar keine zur Auswahl. Ich habe da gerade noch die AK gehabt. Das ist halt, weil ein anderer Charakter von mir die AK hat. Also wir brauchen einen Charakter, wie ich gesagt habe, einmal mit einer Waffe. Und dann brauchen wir noch einen, der ein Auto besitzt. Da habe ich dann hier gleich meinen Spion oder meine Spionen besser gesagt, denn die kommt mit einem eigenen Fahrzeug. Aber manchmal habt ihr auch Sanitäter oder ähnliches. Also irgendeine, ja irgendeine Agenten, denke ich mal, werdet ihr schon haben, der im Besitz eines Fahrzeugs sein wird. Und dann müssen wir das Ganze machen über die Auswahl. Wir gucken jetzt gerade hier nochmal ganz kurz durch. Und dann sehen wir gleich hier unten, der hat eine Drohne, das zählt nicht. Und dann sehen wir hier, na, Mensch, zurück. Gut, machen wir erst die Waffe. Machen wir erst die Waffe, machen wir dann das Auto. Alles klar. Habe ich dann doch so rumgemacht. Ihr wählt einfach die Waffe aus und kauft dann hier ein Skin. Ihr habt es gesehen gehabt, da stand bei mir gerade Y. Das wäre dann halt auf der PS4 natürlich die Dreiecktaste. Und ihr müsst den auch wirklich kaufen. Ich werde euch gleich zeigen, dass gratis Skins es nicht bringen. So, Skin gekauft. Da kommt die Trophäe freigeschaltet, die Ästhetik macht. Das war Nr. 1. Und jetzt kümmern wir uns als nächstes um das Auto. Das bedeutet, wir müssen ein Autoskin kaufen. Ich zeige euch gleich, dass ich halt, ich habe einen bekommen, der war mit, glaube ich, bei der Vorbesteller, bei der Ultimate Edition mit dabei. Der Skin, der zählt leider nicht. So, hier haben wir meine Spionin und die hat halt ein Spionauto mit Raketen und Tarnung. Übrigens ein mega, mega geiles Auto. Nutzt das regelmäßig. Das ist wirklich aller, allererste Sahne der Wagen. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr eine Spionin habt, nutzt das Auto und wenn ihr keine habt, dann besorgt euch eine oder einen Spion. Männlich geht ja genauso. So, kommt kein Erfolg, weil ich keinen gekauft habe. Es geht also wirklich darum, ihn zu kaufen und nicht darum, ihn auszurüsten. Das ist hier wirklich das Wichtige. Auf den Charakter gehen, auf das Auto gehen, dann kommt da Lackierung ändern mit Y bzw. Dreieck. Dann kaufen wir hier für so wenig Geld wie möglich, denn wir haben ja noch eine weitere Trophäe, die von uns verlangt, 100.000 auszugeben für Klamotten. Und deswegen werde ich hier mit den, ja mit den Skins für die Waffen und für die Autos ganz, ganz sparsam erstmal sein, bis man das beisammen hat und dann kann man immer noch die Kohle rauskloppen. Und hier ist die Trophäe freigeschaltet. Karosse für Bosse. Das war's. Mehr ist nicht zu tun. Hat das Video geholfen? Hat es gefallen? Lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, dann verpasst ihr hier mit die Locke aktiv weiter kein neues Video. Ich verabschiede mich von euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Gudi.